Wenn ich mich jetzt bis Samstag gut führe, dann sage ich natürlich, ich werde dabei sein, weil für mich das erste Spiel, ich wollte eigentlich schon früher spielen, aber jetzt ist es so, dass bis jetzt noch nicht so weit war, dass ich spielen oder dass ich helfen kann. Ich habe schon, wenn ich nicht gespielt, zum Beispiel, oder wenn die Phase war, wo ich nicht glücklich war, hat das keiner gemerkt, also konnte auch nicht merken, weil ich war eigentlich, eigentlich jeden Tag war ich positiv, meistens so gelacht, deswegen habe ich gesagt, das konnte auch keiner wissen, wie mir es geht. Also ich war halt nicht glücklich, aber trotzdem hat das keiner gemerkt. Also für mich war das natürlich, das Allschlimmste war mit Eltern, weil die leben für mich, also die sind für mich die Wichtigste und für die das natürlich auf einmal bekommen die Anrufe, ja, Sohn liegt im Krankenhaus, also das war natürlich für die schwer. In alles, was schlecht passiert, kann man so etwas Positives nehmen, also ich sehe das auch als positiv, dass ich diese zweite Chance bekomme. 노래방er Das ist ein weiteres, was真的是 die Wichtigste und für mich, aber ganz gut, weil wir cheitigbäubigen, damit ich sicherlich sehe, dass ich mich sehr, 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 sehr viel. Untertitelung des ZDF, 2020